Pape Floristik ist dein persönlicher Blumenladen in Rühen. Beim Durchstöbern unseres Geschäfts erwartet dich eine bunte Welt voller frischer Schnittblumen, wunderschöner Dekoartikel und saisonal zusammengestellter Geschenke. Dabei ist die Natur stets unser größtes Vorbild und unsere floristischen Kreationen kommen natürlich fair gehandelt von heimischen Gärtnern. Selbstverständlich kreieren unsere immer freundlichen Mitarbeiter auch einzigartige Arrangements für jeden Anlass. Von eleganten Trauerkränzen bis zu strahlenden Brautsträußen – deine Wünsche stehen bei uns stets im Mittelpunkt. Gerne kümmern wir uns auch um festliche Raumdekorationen oder stehen dir einfühlsam mit liebevoller Grabpflege zur Seite. So oder so ist unser Team von erfahrenen Floristinnen mit Kreativität und Leidenschaft für dich da. Pape Floristik – weil wir Blumen lieben!